Deutsche mögen Kanada. Wir sehen in Kanada ein Land mit herrlich gewaltiger Natur, bewohnt von netten Menschen. Doch dann, und wann passiert auch da etwas? Wenn du mich bescheißt, dann werde ich zum Tier. Stört die steigende Abhängigkeit, die Realität mehr und mehr durch das Auge der Virtualität zu ersetzen, unser Gefühl für die Realität? Wissen Sie was? Sie und ich, wir beide, gehen der Sache jetzt endgültig auf den Grund. Die Vermutung, dass ein Cat-Killer auf freiem Fuß sein Unwesen treibt, ist traurige Wahrheit geworden. Ich bin bei dir, du kennst mich nicht. Diese Kombination, gepaart mit vielen Gewissen, ist tödlich. Ich bin hier, sie ist wichtig. Betten wir, dass ich sie diese Woche flachlege? Hast du Gefühle, ja ich will dich. Dann trau dich jetzt, ich traue mich. Wird da, wir hören euch. Wird da, wir fühlen euch. Wird da, wir hören 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 euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.